In Leipzig geht heute der Chaos Communications Kongress zu Ende. Bei der Tagung rund um IT-Sicherheit zählten die Veranstalter seit Mittwoch etwa 15.000 Besucher, so viele wie noch nie. Zu den Schwerpunktthemen gehörten Sicherheitslücken und gesellschaftliche Folgen der Digitalisierung. So ging es etwa um Datensammlungen von Internetunternehmen oder neue Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz.